Für mich ist das Original immer besser, da es einfach vom Sänger direkt kommt und nichts da gepusht wurde. Original oder Remix? Der Remix, weil ich glaube, im Original gibt es immer noch ein paar Dinge, die man verbessern kann und im Remix gibt es meistens noch so den Geist der Zeit dabei. Für mich das Original, denn das Original ist oft schwer zu übertreffen. Also es gibt schon ein paar gute Remixe, aber ich bin doch eher der Original-Fan. Original. Remix, weil es einfach peppiger ist und mehr Schwung herbringt. Gerne den Remix. Wenn das Original gut ist, ist der Remix meistens noch ein bisschen besser. Ihr könnt nicht genug von Next bekommen, dann seht ihr hier unsere letzte Folge. Und noch mehr Videos findet ihr bei uns auf Instagram oder auf unserem Blog.